Hallo, hier in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man Videos oder Audios von Videos von YouTube runterlädt. Dazu gehen wir zuerst auf YouTube und dann, wenn wir hier eine Liste von Videos haben, können wir entweder hier Share-Link machen, dann bekommen wir hier den Link oder wir gehen auf das Video selber drauf und dann können wir auch Share-Link machen, also einfach über die Share-Option den Link bekommen. Dann gehen wir auf den Browser und dann sehen wir hier, wir sind auf der Seite ConvertToMP3.net, da können wir den Link hier eingeben und dann können wir auswählen, was wir haben wollen, ob wir MP3 oder hier auch MP4 sozusagen Video haben wollen. Dann können wir auf Umwandlung drücken, dann fängt dieses Programm an, dieses Video von YouTube runterzuladen und dann können wir hier auf den Download-Button klicken und dann wird das Video heruntergeladen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen.